ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video wie ihr seht spielen wir heute unsere gewertete Gefechte hat ihr einfach mal Bock zu darauf wird jetzt so eine kleine Staffel habe ich schon ein paar Videos aufgenommen ich wollte nur sagen erstens es kommt weniger Best Sessions ich kann es leider nicht aufnehmen keine Ahnung warum ja aber ja vielleicht schafft es jetzt ja mal gucken so und die eine Aufnahme die ihr später irgendwann sehen werdet ist mit einer Playstation Auto mal ausprobiert also ihr müsst jetzt nicht denken nicht wundern wenn die Aufnahme ist komisch an wir spielen mit der California kein DD weil jetzt kann ja nur ein DD pro Seite sein ja wir fahren zwar was ich sage California eigentlich nicht so gut geeignet 30 Sekunden nachhaltig bessere so bei mir ja wenn ich gerade so ist gut Kreuzer für die nicht so ich so meinst und mit Zerstörung muss man das ist jetzt nur die erste Folge die geht jetzt nicht so lang 9 Minuten so wie ich das doch gerade sehe nicht so lang so halt nur gucken ob wie gut es ankommt da halt jetzt kein Bell-Stations kommt wahrscheinlich kommt jetzt mal wieder ein bisschen mehr von Worship kommt jetzt wir sind Rang 15 Augen ein Stern von Rang 14 und Arbeiten und jetzt weiter immer weiter vor schön dass ein paar wieder zu we fahren schön dass ein paar wieder zu we fahren so weil halt die Amis wie ihr seht sind sehr langsam 18 so schnell und ja hohnach kann aber auch gut auszutaten ich falle mal alleine weg also ja ich bin einsam auf Anisse schon und ein fall wird was wahrscheinlich nicht wir haben wir haben vor denen ich jetzt gar nichts weiß also man sieht häufig jetzt schon nur Schlachtschiffe ich würde doch dieses 5 gegen 5 echt eigentlich lassen und dann Breitseite zu holen ja jetzt schon ein Schaden ist gut und nächst mehr Breitseite so also kein Grund Handzug bitte ja Breitseite so bitte sowas wie bei mein Cholera Video ne wie war das? wieder über 11.000 Städteile Hauptturm das lasse ich mich schmecken ja das ist Bayern kann jetzt nicht so teurer jetzt ist Ismail ich muss bestraft werden nochmal alles raus und dann Doppelzitter und das Ding ist raus wieder 20.000 Schaden Hauptturm wieder Doppelzitter weg damit wer einfach Breitseite fährt hat sich anders verdient muss ich sagen einfach verdient Bayern fährt rückwärts Bayern fährt wieder zu uns bis zum Breitseite mal gucken und gegen der Schad jetzt 4-2 ist ok was die die Pentacola schießt mit AP auf uns ok ich hätte jetzt nicht gedacht ich bleibe stehen der auf ich habe auch immer gerne gesehen ich kann auf sie das Ding und ja siehens hier ist ok sehr gut und nein ich spiele nicht nur Kalifornian wie auch wenns mit den Kriegsschiff ist in der Zeit Au! Was war das denn? Fahren hier halt irgendwie alle Breitseite? Tag der Breitseitfahrenden? Ja, 10.000 auf die Bayern. Ja, echt. Penso-Cola. Äh, wie gesagt, Pepsi-Cola. Ja. Aua. Hm, nicht getroffen. Jetzt gehen wir mal in den Nahkampf. Mal gucken. So. Kommt her, Bayern. Der Haupttor. Kling-kling-kling. So. Boink, boink, boink. Ich treff die Petzel-Cola nicht. Oh, man. Boah, ich glaub, die sollte weg sein. Ey. Muss ich dazu was sagen? Ich hab die jetzt nicht auf sechs Kilometer verkehrt. Das könnte ich mir jetzt nicht sagen. Boah. 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 Sind eh nur noch zwei Schiffe. Können wir uns ja mal erlauben. Wir haben ja noch alle Schiffe. Aua. Haupttor. Boah. 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 Hier. Boah. Ist gut abgeprallt. Und ich glaub, das war's gleich. Nice. Na ja. Na ja. Wir haben durch Punkte, glaub ich, jetzt gewonnen. Jetzt haben wir das Punkt. 101 von Scham. Boah. Tschüss.